Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Heute zeige ich euch, wie ihr schneller komprimieren könnt, indem ihr wirklich alle CPU-Kerne beim Komprimieren ausnutzt, die ihr in eurem System habt. Die Kompressionsprogramme, die ich hier unten mal so exemplarisch aufgezählt habe, also GZIP, BZIP2 und XZ, kennt ihr vielleicht schon. Die Standardvarianten, also wie ich schon gesagt habe, die verwenden eben bloß einen Kern, einen CPU-Kern, beziehungsweise einen einzelnen Thread. Es gibt allerdings auch Varianten von diesem Kompressionsprogramm, die eben alle Kerne ausnutzen, die ihr im System habt. Und die heißen eben anders und die sorgen eben dafür, dass das Komprimieren halt viel, viel schneller geht. Das ist theoretisch, ja, geteilt durch die Anzahl eurer verfügbaren Kerne. Also wenn ihr jetzt acht Kerne im System habt, dann dauert die Kompression eben bloß noch ein Achtel der Zeit, die es mit eingebraucht hätte. Das ist erstmal der Sinn bei der Sache. Einfach Zeit sparen. Da diese Programme selbst immer bloß eine Datei komprimieren können, beziehungsweise so einen Datenstrom, den man über eine Pipe reinlenkt zum Beispiel, sind die erstmal nicht dafür geeignet, um Dateien und Verzeichnisse zu packen. Dafür gibt es eben einen, ja, Spezialisten. Man nimmt normalerweise TAR dafür, denn die einzige Aufgabe von TAR ist eben, Dateien und Verzeichnisse zu so einem Datenstrom zusammenzupacken und an ein Packprogramm zu übergeben. Das ist was, was auch in der Unix-Tradition und der Philosophie so drin ist. Jedes Programm soll für exakt eine Aufgabe zuständig sein, also das eine Programm packt und das andere fügt eben Dateien und Verzeichnisse zu einem Datenstrom zusammen. Und jedes Programm soll diese Aufgabe möglichst perfekt erfüllen, aber eben bloß eine Aufgabe. Und exakt, das ist hier eben mit dieser Trennung zwischen TAR und dem Packprogramm gegeben. Für Dinge, die in diesem Video noch kommen werden, brauchen wir die Dodger-Tools. Die Dodger-Tools sind eine, ja, über die Jahre stetig erweiterte Sammlung von Bash-Skripten und Debian-Paketen für, ja, eigentlich alle Linux, insbesondere Ubuntu, Debian, Linux Mint, Nutzer und Administratoren, die ich über verschiedene Jahre mal gemacht habe und wo ich mir einfach mal dachte, das ist praktisch auch für andere. Also ich habe diese einzelnen Skripte, die ich gebaut habe, immer für mich selbst benutzt und zum Teil habe ich die jetzt eben geöffnet und die findet ihr in den Dodger-Tools. Dabei sind zum Beispiel Werkzeuge zum Erstellen von Debian-Paketen und Paketquellen, Skripte zum automatisierten Aktualisieren von Servern, intelligentes Editieren von Dateien, sodass ihr dann sagen könnt, ja, wenn diese Zeile vorhanden ist, dann füge darauf folgend Folgendes ein, wenn es noch nicht vorhanden ist und all solche Dinge. Damit das Ganze relativ einfach zu installieren ist, habe ich so ein Skript vorbereitet, was ihr eben runterladen könnt. Die URL steht auch da drin. Das ganze Skript ladet ihr nach TMP zum Beispiel herunter und dann mit WGET könnt ihr es eben über die URL runterladen und dann führt ihr dieses Skript mit Hutrechten aus. Damit werden ein paar Dinge eingerichtet, also der Signaturschlüssel wird importiert, damit auch überprüft wird, dass diese Pakete auch wirklich von mir kommen. Dann wird eine zusätzliche Paketquellenliste angelegt, damit über APT, das Paketverwaltungssystem von Debian und Ubuntu, diese Pakete, die es bei mir in diesem Dodger-Tools-Repository gibt, auch heruntergeladen werden können. Und das Hauptpaket Dodger-Tools wird eben auch gleich noch mit installiert. Es gibt relativ viele einzelne Skripte in meinen Dodger-Tools drin, die nenne ich hier Module. Und je nachdem, welche Module ihr davon benutzen möchtet oder was ich hier auch in diesem Video vorstelle, braucht ihr mehr oder weniger von diesen Abhängigkeiten, die in einem Modul nicht automatisch mit installiert werden. Wenn es in einem Modul zum Beispiel um Audio-Kompressionen geht, dann wird vielleicht der OCK-Encoder für das Audio-Format benötigt. Und wenn ihr dieses Modul ausführt, dann werdet ihr eben darauf hingewiesen, dass dieser OCK-Encoder nicht installiert ist und dass das Skript deswegen nicht ausgeführt werden kann. Und wenn ihr jetzt einfach alles mit installieren wollt, dann macht das über apt-get-install-y-dodger-tools-install-suggests. Ja, genau. Damit kriegt ihr wirklich alles mit. Da wird eine Menge bei sein, was ihr wahrscheinlich niemals benutzen werdet, aber dann habt ihr schon mal alles da. Oder ihr probiert die einzelnen Module aus und installiert per Hand halt die Abhängigkeiten. Ich habe jetzt diese drei Kompressionsverfahren, die ich am Anfang schon mal vorgestellt habe, hier nochmal ein bisschen aufgeschlüsselt, wie man die mit TAR eben zusammenbringt in der parallelen Variante. Da seht ihr immer jeweils mit der TAR, minus, minus, same, owner und so weiter, wie das mit dem einzelnen Programm funktioniert. Das ist eine halbwegs unhandliche Zeile, die da jeweils rauskommt. Ich habe für diese drei Varianten jetzt Module bei meinen Dodger-Tools gemacht, die ich jedenfalls praktischer finde. Über die Kommandozeilen-Vervollständigungen kann ich eben sowas machen wie dt-bug, also für Backup. Da sind so verschiedene Packprogramme drin oder eben auch Backup-Programme drin. Und dann unterstrich parallel für eben diese parallelen Varianten. Und da kann ich mich mit TAB auf der Kommandozeile immer so ein bisschen langhangeln und kann das eben erweitern. Und TAR gilt eben für alle. Und dann habe ich als letzten Teil GZ, BZ2 oder auf der nächsten Folie hier nochmal XZ. Dann gebe ich dabei an, wie der Archivname sein soll. Ich brauche dabei keine Dateinamen-Endung zu vergeben. Das wird automatisch über dieses Dodger-Tools-Modul angehängt. Ich kann das machen, aber muss das halt nicht. Im Falle von TAR-GZ wird eben TAR.GZ angehängt. Bei BZ2 eben TAR-BZ2. Und dann hinterher, nach dem Archivnamen, kommt eben die Liste mit den Dateien und Verzeichnissen. Und ihr könnt da eben auch diese Wildcards nehmen, also sowas wie Sternchen und Fragezeichen, sodass dann automatisch Dateinamen und Verzeichnisse, die auf dieses Suchschema passen, mit in das Archiv einbezogen werden. Und wenn ihr das über das Dodger-Tools-Modul macht, dann müsst ihr euch auch mit der Zeile, die ich da unten mal rausgesucht habe, auch nicht auseinandersetzen. Ich habe jeweils immer die bestmögliche Kompressionsvariante gewählt, also die ein möglichst kleines Archiv erzeugt, aber dementsprechend auch mehr Rechenaufwand erfordert. Da das Ganze allerdings parallelisiert auf allen CPU-Kernen läuft, ist das jetzt wahrscheinlich nicht mehr so schlimm, wie es vorher gewesen wäre. Aber ihr bekommt ein möglichst kleines Archiv. Ja, genau. Das wäre jetzt das nochmal für XZ hier. Sieht da auch wieder ein bisschen anders aus mit dem Kompressionsprogramm. Und ja, genau. Das wäre es eigentlich auch. Fand ich einen ganz guten Tipp, den ich mal gekriegt habe, dass es sowas gibt. Das macht es wirklich deutlich schneller, gerade wenn man jetzt mit XZ da unterwegs ist. Das dauert relativ lange, macht aber auch schön kleine Archive. Das war es auch für dieses Mal. Viel Spaß beim Nachmachen, beim Nicht-Nachmachen, beim Abonniert. Drückt die Glocke. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Und tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020